So, die Aufgabe heute ist es, ein LGS zu lösen und zwar mit drei Gleichungen und nur zwei Unbekannten. Dazu multiplizieren wir die erste Gleichung mit 2, die 2 steht quasi hier. Und dann haben wir 2x plus 2y gleich 8. Die andere Gleichung multiplizieren wir mit minus 1, die 1 steht quasi an dieser Stelle hier. Und dann haben wir hier minus 2x minus 3y gleich minus 9. Dann addieren wir die beiden Gleichungen und wir sehen, hier das x fällt weg. Und es bleibt übrig minus y gleich minus 1 oder y gleich 1. Jetzt setzen wir das y gleich 1 in diese Gleichung hier ein. Ja, das y gleich 1 und dann erhalten wir x plus 1 gleich 4 oder x gleich 3. So, jetzt müssen wir die 1 und die 3 in die untere Gleichung hier einsetzen. Das heißt, wir haben dann hier x gleich 3. 3 minus 2 mal y ist hier 1. 2 mal 1. 3 minus 2 mal 1 ist 1, das ist richtig. Damit ist das LGS, 3 gleich und 2 Unbekannte lösbar. Und die Lösungsmenge ist 3,1.